Bitte... Oh... Bitte... Aufhören... Bitte... Aufhören... Bitte... Nein... 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 Hier drüben, du! Freak! Du ihm nicht weh! Du ihm nicht weh! Das kennen wir ja schon! Gut, dass ich das gesehen hab! Warum? Was bringt dir das, wenn du das jetzt, dass du das jetzt gesehen hast? Ne, das behalte ich! Warum hab ich das jetzt schon mitgenommen? Egal... Ähm... Ich mach jetzt erst mal ein paar... Ein bisschen Munition... Da haben wir noch was... Da haben wir noch was... Da haben wir noch was... So... Und... Ach... Scheiße... Ich... Entschuldigung... Okay... Und ich muss Strom anpacken... Ähm... Hallo? Zack! So... Ich versteh's nicht, was daran wichtig ist, dass ihr das jetzt gesehen habt... Das kann auch nicht nachladen... Ach, das ist ja scheiße... Hier ist der Läufer... Das ist ein schwarzes Pferd... Ich weiß nicht, ob das was heißt... Okay... Schwarz heißt nichts besonderes... Oh, okay... Das Pferd kommt da rein... Über das... Turm neben Springer, aber nicht über Dame... Turm neben... Ah, egal... Ach... 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 Ich hasse es, dass wir uns jetzt hier nochmal durchschließen müssen. War das hier lang? Eigentlich nicht, aber dann gehe ich mal den anderen Weg. Ach, der Weg ist das. Wegwerfen. Okay, und das springt es auch gleich wieder raus. Ich finde es einfach nur nervig. Zack. Da haben wir eine Schlüssel. Da kommen wir natürlich durch, weil es auf der falschen Seite ist. Aber hier unten glaube ich wohnen wir nicht von Tyrant. Wie gut ist, oder? Okay. Wuselig ist stark untertrieben. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Oh Gott. Die sind überall. Ich möchte, dass ich es nochmal machen. Mann. Das ist, als ob du im ersten Mal hier schon gehasst. Das ist, als ob du im ersten Mal hier schon gehasst. Lecker nicht. Hä? Ach, nö. Hau ab. Ähm. Ist sie killt? Ah, gesund noch. Warum hält sie sich dann... Ich fahr nicht. Liegt da was? Nein. Warum, das ist so verdammt hell. Ich seh da nichts. So. Das war's mit der Munition davon. Das Vieh liegt immer noch? Ich sag da nichts zu. Ah, wenigstens etwas. Da wird noch einer raus. Ja, logisch. Ist klar. Was? Das scheiß Vieh war tot. Und er lebt noch. So. Ich bin fast gearscht. Aber hey. Scheiß drauf. Ich glaube, das war hier mit dem Königin und der Königin, oder? Und hier ist nichts. Komm ich da durch? Ne. Ach, ist so. Ach da. Toll. Einfach nur toll. Wehe. Gut. Ja, mit Kröttern werden wir wieder zugeschissen. Ich warte einfach nur, bis da mal was rausgebrochen kommt. Ich warte einfach nur drauf. Das ist Königin. Ist das zu Magi? Geht das zu? Äh, rausnehmen geht das zu. Das ist auch Königin. Okay. Ich hätte es erwartet, dass er auch immer wieder lebt. Einfach nur so. Und wir haben nicht genug. Ach, fick dich doch, ey. Der lebt noch. La, klar. Fick dich. Oh. Hallo? Wo bist du? Wo ist denn auf einmal? Hein? Hä? Ist da? Ist der gerade? Hä? Ja, unsicher ist der auch noch am Leben. Fick dich. Fick dich. Ich krieg mich nicht auf. Nö, wie kommst du da auf? Echt jetzt. Echt jetzt. Was haben wir? Diese Waffe wird mit Metallhaken auf das Ziel durch die Strom gesch... Ach so, dafür gibt es aber auch natürlich... Hier gibt es aber mehr Waffen. Um einiges mehr sogar. Ja. Jetzt ist das... Jetzt hängt sie dann Rennungspielen. Ne. Leck mich. kleines bildes spiel muss schon sagen respekt da kommt der könig rein warum läuft ich überhaupt da außen rum so bescheuert gerade gewesen so hey ich hätte jetzt gerne bitte nochmal zwei oder drei starke gegner in dem areal wo ich jetzt gerade durchgelaufen bin es mir gerade irgendwie zu leicht das war ein spaß wehe es kommen noch welche ich höre es auch durch hallo schwarzer wir weg dich fix dich aber es ist auch mal ach gut zu wissen fick dich spiel leck mich doch am sack ich äh ja wenn ich mit resident evil 2 im zweiten durchgang fertig bin dann mache ich ein business für galle auf denn bis dahin habe ich genug alle ausgekotzt das kann ich euch jetzt schon sagen was ist das für scheiße das kann nicht wahr sein den verstaue ich jetzt da jetzt auch mal werde ich wahrscheinlich bereuen tschuldigung aber ne tschuldigung ja ich hab das müssen vergessen aber hey ist mir jetzt gerade scheißegal die besser geht sie nochmal zurück ne äh äh was war das tor ist neben springer aber nicht neben der dame könig ist dicht ist nicht neben der dame ist aber gegenüber dem springer so dame packt mal da rein turm ist neben dem springer aber ich bin der damen ich doch jetzt springer könig ach so wir haben schon mal das ist nicht meine stärke das ist nur die stärke turm ist neben dem springer turm springer aber nicht gegen der dame turm nicht dame könig ist nicht neben der dame ist nicht neben der dame aber gegenüber dem springer turm springer könig turm ist neben dem springer da ist der turm, da ist der springer äh da ist der turm, aber nicht gegen der dame ok, könig ist neben der dame nicht neben der dame wir haben das gleich wieder vorne ist super ähm was wenn wir das einfach umpacken äh steht ja nur der turm scheiße ich bin jetzt gerade wieder da gedank nicht zwickmühle ist dem springer und nicht läufe ich idiot ne dem springer nicht gegenüber der dame könig kommt dann da hin oder oder die dame kann da hin da nicht gegen der dame könig ist nicht neben der dame aber gegenüber dem springer könig wo er auf dem kasten ist ganz am ende und der springer ist nicht da wo er auf dem kasten ist aber gegenüber dem springer ganz am ende und der springer ist nicht da wo er auf dem kasten ist nein fuck steht da also sprich muss ich jetzt einmal die beiden wechseln äh passt sie drum nicht warte ich äh ich müsste erstmal das ausrüsten ähm schnellzugriff ach ich speichere jetzt erstmal sie ist angeschlagen ähm öpp, 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 ää Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ähm. Ja, ist das ein Spaß. Hui. So, ruft da und zack. Ich hab das nicht rum vergessen. Mann! Das kann doch nicht wahr sein. So. Hallo, heute hast du ein bisschen Sport angesagt. Lass uns mal ein bisschen rumwatscheln hier im Schlamm. Sticken tut sich ja eh schon. Hey, hallo, ich bin mal wieder hier. Was ganz Neues. Ah. So. Jetzt müsste es auch funktionieren. Oh Gott, ey. Ich finde die Kanalisation wirklich am schlimmsten hier. Von dem ganzen Spiel ist die Kanalisation wirklich das Schlimmste. Oh. Wo? Doch, eigentlich schon. Was Munition und Feinern geht schon. Die Pulsenstutze ist schon schlimm. Verdammt nervig mit dem Lederfetischisten da. Aber ich glaube am schlimmsten, ähm, allernervigsten, ich glaube, ist die schon hier. Ach ja, da liegt ja auch noch. So, dass der Lederfetischist immer wieder kommt. Das ist echt hilflich gewesen. Aber, da mussten wir nicht reinballern. So. Ah, kriegen wir wenigstens Schießpulver. Den kann ich gleich wegschieben. Ah. SZF. Schön, nichts. So. Wo waren wir jetzt mal, wo wir hinkommen? Ach. Ach ja, hier. Okay. Ich komme ja wieder hier hin. Ich könnte jetzt eigentlich... ...wieder zur Polizei-Station zurück. Ach, ich verstehe gerade irgendwie nicht, warum. Ja, hier lang nicht. Die wollen mich schon wieder zurück zur Polizei-Station, aber warum? Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Wollt ihr, dass du noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Lederfetischisten da verbringen oder was? Das hier kann ich mir nutzen. Ich bin mir überlegen. Das ist eine Kurbel-Vertiefung. Das ist eine Kurbel-Vertiefung. Dafür brauche ich aber nicht das. Wie komme ich nochmal von der Polizeistation? Ich verstehe gerade den Sinn irgendwie nicht dahinter. Schöpf-Büro, Vatsamlung. fuck wie war es noch mal bbc genau auf der seite oder ja aber der finisch ist es doch wieder oder so viel zu witzlos für euch also ich glaube schon wir wissen was man klar dass ich hoffe ich kommt nichts mehr ich weiß nicht ob man das bringt ich hoffe es einfach mal mein herz schlägt gerade ein bisschen weiß nicht was irgendwie ach ich nämlich klar die filme die filmchen ich bin sicher was wollen wir denn hier doch nicht ich hoffe es funktioniert ich schaue ich dann jetzt ganz dumm aufs wäsche ich hoffe es funktioniert also ich versuche jetzt halt ich versuche jetzt halt diesen weg dann mal zu laufen denn ich jetzt hier lange laufen bin das gern gar nicht funktionieren ich befürchte das kann nicht funktionieren weil wir haben doch tschuldigung wenn ich jetzt den lauf jetzt gleich vollkommen beziehungsweise es würde mich echt abfacken wenn es jetzt wirklich nicht so funktioniert also wie gesagt ich versuche jetzt den gleichen weg zu laufen und dann wieder einen stopp weg höher zu kommen aber hätten die bestimmt noch ein zwei gegner hier reingepackt also bitte ich kenne doch die entwickler aber im grunde genommen dürfte es eigentlich nicht funktionieren weil wir haben ja da vorne beim off finish haben wir zugemacht ja super tut mir leid jetzt können wir den ganzen weg noch vom fort noch zurück laufen oh so wenigstens haben wir etwas gutes gemacht oh ihr könnt euch nicht vorstellen wie ich das abfuckt yay also es gibt ja ein achievement ich finde dass man irgendwie nur so und so viel gelaufen ist ich glaube das schaffe ich in diesem durchgang auf keinen fall das äh ne das wird nichts wenigstens ist sie gut in Form dann hm ich könnte ein bisschen singen ich könnte mir noch weitere Vorwürfe machen wie dumm ich bin hier ist auch nicht so ne ich bin ein bisschen angepisst warum bin ich so doof ne ich bin ein bisschen angepisst ich weiß kein rein mehr n den weg können wir gar nicht was denn hier wiii was ganz neues so wir beschämtliche Aufzug Oh Gott, ey. Das ist echt gelohnt. Das ist aber bestimmt da, wo ich jetzt dann hin muss, also für die Filme, da ist bestimmt da was. Ich höre schon Zombies. Toll. Oh Gott, ey. Tut mir leid. Ich wollte es ja auch nicht. Ach Gott, verdammt nochmal. Warum konnte ich mir nicht früher einfallen? Ich finde es ja auch nicht schön. Im Gegenteil, es kotzt mich gerade echt an. So, jetzt bin ich jetzt zu langsamer. Wie war das jetzt? Ich hab's gewusst. Tschau. Ich hasse die Dinger. Oh Gott. Ja, da, oh. Ja, die Timm. Wissen wir schon. Jo, ich mach nochmal. Tschuldigung.